Hallo liebe Zuschauer, Yamato und der Razer wieder hier bei SimCity, Städte der Zukunft, Park Nummer 4. Ja, genau so ist es, ich bin noch im Ladebildschirm und ergründet gerade eine Akademie. Ja, und ich dachte mir, ich geht jetzt erstmal eine Regionskarte, man hat auch, dass sie privat ist. Das heißt, nur auf Einladung. Man muss vorher in 10 Stunden Testbox bestehen, bevor man überhaupt aufgenommen wird. Ja, weil unser Niveau ja so hoch ist, deswegen muss man immer gucken, ob euer Niveau auch so hoch ist wie unser Niveau in den Folgen. Weil wir haben ja immer hier das beste Niveau. Und mich hat sogar echt tatsächlich... Natürlich, das Niveau nur vom Feinsten. Das Niveau nur vom Feinsten, man kennt das ja von anderen Let's Playern. Und mich hat heute mir echt tatsächlich, in der Mittagspause, jemand angeschrieben und hat gefragt, ob er zu uns auch eine Karte haben kann. Da habe ich gesagt, no sir, das geht nicht. Und wenn du die Folge auch hier siehst, es geht einfach nicht, weil wir einfach die Karte für uns haben wollen. Und vielleicht mal mit Special irgendjemanden einladen, wenn überhaupt. Das ist alles noch komplett offen. Also nein, es geht nicht. Derzeit nicht. An alle, die gerne mit dabei sein wollen, es tut uns leid, aber wenn wir sagen, okay gut, ich sag mal so, wenn wir sagen, okay gut, wir haben jetzt beiden etwas Bestimmtes erreicht. Ich muss jetzt erst, wo ich bei meiner Stadt stehe. Ja, genau, ich auch. Es ist zumindest schon mal Tag, das ist ja schon mal was wert. Ja, bei mir auch, aber 5 Uhr morgens gerade. Oh, Omega Q. Oh, Omega Q. Oh, aber leckt mich doch am Arsch. So, läuft die Batterie. Ja, hier wahrscheinlich läuft es mit ab 6 Uhr dann wieder normal. Control Net angeschlossen, so die Feinsten. Das machen wir jetzt noch. Scheiße, ich muss mir eine Klärnlage lassen. Was machen wir jetzt? Wir können das Wohngebiet ausbauen oder wir werden einfach binden, das selber mal. Oh Gott, läuft ja mit der richtig flüssig gerade so, jetzt geht's. So. Er stopft eine Ohre. Leckt mich doch am Arsch. Was sagt mein Strom? Ja, der Tower ist ohne Strom. Was? Die Brüder ohne Strom. Ja, wie viel hab ich? Alter, 99. Ohne Scheiß, dieser Verstärker bringt's echt. Auch wenn ich nur 15.000 Einwohner hab. Der Verstärker, der... Ich hab 99 Megawatt im Überschuss. Ist doch schön und ich mach jetzt gerade das wieder mal ein Plus von 1300. Das heißt, wenn wir mal schauen, dass ich mir ein Plus hochtreib. Oh, fügen sie einen Anbau zu... Ah, ich hab 15.000 Plus. So, ähm, was, was brauchen wir? Ach man, man sieht ja auch recht, was war. Auch gleich das Wellenkraftwerke erforschen, auch wenn wir das nicht unbedingt brauchen. Willst du mich jetzt hier komplett verarschen? Ja, das ist... Das ist schön, dass ich das Ding upgraden kann. Und dass sich dadurch die Bevölkerung wiederum freut. Das freut mich. Boah, ich weiß nicht, wie ich mehr Leute bekomme. Ja, und ich nehm bei dir immer noch den Müll mit, ne? Ja, da bin ich echt noch sehr dankbar, weil ich hab erstens keinen Platz mehr für den Müllhalt und zweitens hab ich nicht meine Müllhalt. Aber ich hab, ich hab ja auch monatlich immer Geld, oder? Ja, wobei, nee, du verdienst ja sowieso Geld dadurch. Ich geh mal wieder auf doppelte Geschwindigkeit. Durch den... Durch den Müll bei dir verdiene ich, äh, ähm, ungefähr 6 bis 100 Simoleons im Monat. Ja, also okay. Das heißt, man muss in den Ausgaben, äh, Parks, ach... Wir haben zu wenig Kunden, ach, leck doch am Arsch! Äh, Mann. So, äh, äh, äh... Hauptsache, ich darf nichts abreißen. Sorry, dass ich mich hier gerade so ein bisschen abfacke, aber... Boah, ich hab mir vor die Hightech-Industrie, die Steuern sind so... Äh, dann mach ich die ein bisschen runter, ihr lieben Hightechs. So, 1% runter. Ja, meine Steuern lass sie so, wie sie sind. Ey, ich bin gerade echt im Überlegen, ob ich jetzt im Kraftwerk nicht ein Dings hinsetzen soll. Äh, wie hieß das Ding gleich nochmal? Äh, war das nicht die allgemeine Hochschule? Äh, die die Industrie verbessert, also die halt so Hightech macht. Äh, ja, die allgemeine Hochschule, die müsste sich doch auch auf die Dings auswählen, auf die Stromversorgung, oder? Ja, negativ, weil die braucht da Strom. Also positiv auf jeden Fall nicht, ja. Ich setze jetzt einfach mal da hin, die allgemeine Hochschule. Ich hab meine Industrie... Alter, wieso läuft mir das heute so unflüssig hier, ey? Das ist ja hier ekelhaft. Ekelhaft. Bist du ekelhaft? Ekelhaftes SimCity. Nicht du, aber... Ey, Alter, willst du mich verarschen? Hier steht... Der Busverkehr überhaupt das Beste? Was auf einem Fleck hier abgeht, was auf einem Fleck die Straße abgeht. Ähm, sollen wir vielleicht mal gucken, was für einen Großbrit wir bauen wollen? Weil, ich meine, du hast einen Megaturm, da können wir auch mal über das Großbrit nachdenken. Äh, ich... Weil dann würde ich nämlich vielleicht mal gucken, ob wir in einer anderen Stadt die entsprechende Materialien bekommen. Erweiterungsflügel, wo kann ich den jetzt hinsetzen? Das haben wir ja nicht so als mit dir. Wir haben einmal die Arkologie, dann das Raumfahrtzentrum. Äh, ja, schön, ich hab grad ein paar andere Sorgen, ich kann grad nicht wirklich übernachdenken. Okay, ich hab den jetzt an der anderen Flughafen. Und die Solaranlage, Solaranlage brauchen wir nicht, äh, warte mal, ich guck jetzt mal, ma... Hat die Stadt Öl, ja, die Stadt hatte, ne, aber da hat sie nicht, aber wir für wenig, die Stadt aber Öl, dann nehm ich mal die Stadt, so. Und probier dir einfach mal, Öl zu fördern, du scheiß, das brauchst du schon wieder ewig jetzt im Laden. Das ist jetzt drohen sich als Protokollatorisch. Uh, uh. Oh, Wasser, Wasser, wo kann ich bitte die Pumpstation hinsetzen? Tja, das ist die Frage. Äh, mit dahin, wer auch fehlt, mit der Scheiße. Äh, und da oben kann ich nicht hinsetzen, wegen der Nuss, der Triebe, die meinen Boden verseucht. Scheiße. So, ach, das ist die Polizeiwache, fick die Wand an. Oh, das ist die Klinik. Scheiße, ich hab'n derben Wassermangel. Ich hab' ich hab' genug. Ich bin mir aber nicht sicher, du kannst was, was nehmen. So. Ja, der ist bisher mal so, das hilft mir nicht, vielleicht 50 bis 60 Kiloliter. Ich mach' hier dieses Abwasser zu Wasser. Wahrscheinlich du auch, oder? Ähm, so, wo ist, wo ist ja eigentlich Öl? Öl befindet sich nicht mehr Bodenbeschmutz, sondern hier. Alter, was für ein fetter Batzen Öl hier ist, ey. Alter. Erstmal am Runden. Mit einem Feldweg. What the fuck? Oh, okay. Äh, äh. Da. Müllhalde fast voll. Scheiße. Scheiße. Oh. Hast du, hast du keine Verbrennung? Hans hat Verbrennungsanlage, mein Gott. Doch, hab' ich. Ha, 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 ich kann kein zweiten Turm mehr, ha, ha, ha. Brauchen zweit'n... So, warte mal, hier hinten ist Industrie, da mach' ich so, so. Ah, nein, 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 nicht, 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 frei. Frei ist Blüt. Linie. Was für das ist denn du schon wieder? Ein Keks. Ey, es ist ja nicht so, als ob ich jetzt wieder gemühten pumpen würde. Nee. Scheinbar nicht. Ich regte das gerade ein bisschen auf. Ich habe ein fettes Minus in der Kasse und die Stadt schafft es nicht, dass es sich mal kurz ein bisschen erfängt. Wie ist das denn so Minus? Du hast doch 1000 Einnahmequellen. Und denk doch an den Müll. So. Warte, was wir eigentlich noch verbinden hier? Ich muss gerade ein bisschen meine Straßen erweitern. Alter, der Megaturm, der sticht so übel raus. Das ist so krass einfach nur. Weil so voll flach und so ein fetter Megaturm. Na, ich werde hier wieder gerade. Oh. Nee. War hier nicht gerade ein fachsches Beute? Oh, jetzt habe ich ein bisschen Artikelgewerbe. Oh, verdammt. Was ist bei dir los? Brand. Willy Brandt hat zugeschlagen. Ha, ha, ha. Oh, mein Gott. Der stopfte Rohre. Ach, scheiße. So. Ach du scheiße, ich kann bald nicht mehr mit den... Ha, ha, ha. Ich kann nur noch einfach ein Ding bauen. Ach, verdammt. Scheiß nicht mal ein bisschen am Riemen mit der... Ich muss bei dir mal ein bisschen Abwasse kaufen. Ja, kauf ruhig. Oh, hab ich hier was? Ah, nachher ist die Verbindung. So, wie viel Geld machen wir jetzt plus? Äh, null. Okay, schön. Das wird jetzt schon wieder... Sie ist eine Straße, zwar Autobahn. Äh, äh. Bisschen null. Achso, ich brauche noch... Das Wolle leckt mich doch am Arsch. Ich glaube, Windkraft reicht hier, oder? Fürs erste so. Stromausfall. Der Mart hat nur Probleme. Ja, mit meinem Megaturm. Der mag dich nicht. So, hier hinten. Wasserturm. So, jetzt müsste aber eigentlich alles... Oh. Macht's sein. Äh, hä, hä, hä. Wundert mich gar nichts mehr. Flugzeug. Kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld zuschicken? Ähm, äh, ja, dann muss ich immer eben wieder in die andere Stadt. Ja, aber mach ich mal kurz. Wobei kann ich es nicht einfach hier managen? So, warte mal. Geschenk. Von der City. Nein, nicht nach Zukunftshausen. Von Zukunfts... Ach, Mann. Das ist ein bisschen extra hin... Äh, egal. Das ist aber auch ein Kumbi, den ich noch hab. Oh. Ich kaufe mal kurz Strom aus der Region. Ganz einfach. Seit wann kann man sich Strom... Das ist so weniger Probleme mit dem Strom haben. Scheiße. Ich hab grad fette Stromprobleme bei meinem Megaturm. Das ist, äh, nicht gut. Aber da braucht ihr auch Control Net, ne? Ne, der braucht kein Control Net. Nicht? Lol. Okay, dann nicht. Akademie weiterhin nicht verfügbar. Das ist das, was mich grad am meisten ärgert. So, ähm... Oh, ich hab 300.000. Okay, ich schick dir mal eben ein bisschen. Wie viel brauchst du denn ungefähr? Äh... 100.000, wenn recht. Braucht Kohle. Kraftwerk aufbauen. Die Frage ist, ist Kohle jetzt umgangssprachlich? Ah, ne, es ist nicht umgangssprachlich, weil oben ist nur Kohle, weil ich sage, ich sehe auf ihn noch mal zum wichtigen Geschenk. Äh, ja, Geschenk. Weil dann muss man nämlich nach einer neuen Schrunkquellung sehen. Klassenzimmer voll. So kostet da eins. Geschenk schicken. So, und SimCity ist auch immer sehr, äh, sehr schnell in Sachen irgendwas verschicken. Haben wir schon gemerkt, als wir offline gespielt haben. Hm. Also müssen dann so ein paar Folgen bei dir ankommen. Zu den nächsten fünf Folgen. So. Universität, nehm ich. Geil. Alkologie freigeschaltet. Jetzt schon längst freigeschaltet, weil ich... Hast du schon mal auf meine Einwohnerzahl geguckt? Achso, das ist auch immer so ein Fehler, dass es immer angezeigt wird, wenn du in eine andere Stadt gehst. Weil es noch nicht mehr wieder angezeigt. Äh, weißt du, wie viele Einwohner ich mittlerweile habe? Fünf. Hundert. Tausend. Ne, knapp, äh, 175.000. Okay. Oh, ich glaube, die Stadt hat keinen... Hat keinen Wind, oder? Hat die Wind? Alter, die muss doch Wind haben, die Stadt. Das ist wie verarschend. Zwölf kmh, was wollen die? Ach, die brauchen Arbeiter, äh. Ja, dann arbeitet mal, sonst bekommt ihr keinen Strom. Strom macht sie nicht von alleine. Ja, der Megatoma hat Probleme, ich weiß. Warum entwickelst du dich nicht weiter? Ja, der Grund will er dich. Weißt du was? Leck mich doch gerade mal fett am Arsch. Ähm. Ach, der Scheiß ist der Stau. Oh, das bin ich nicht. Das ist der Feldweg. Ich habe mich auch ein bisschen gewerben mit. Hm, ich habe mich gerade... Hier habe ich eine schöne hohe Dichte erreicht. Oh, scheiße. Egal, muss es eben erstmal so sein. Jetzt hat er eines der Zugangspunkt zum Bogengebiet. Naja. So, jetzt habt ihr aber schrum, oder? Dreht sich das? Alter. Nein, mache ich nicht. Alter, die müssen noch arbeiten gehen, die Volldeppen. Jetzt. Danke. So, jetzt kommen Strombälle an die... Leute. Boah, ich finde das klickerisch so geil. Wir haben so viele Kunden. Ja, leck mich doch fett, ey. Ich habe gerade ganz andere Sorgen. Alter, wie sich ja gerade meine ganzen Gebäude ausbauen. Ist doch gut. So, äh, wie viel kostet denn eine Ölraffinerie? Was? Sag mal, hast du mir das Geld schon zugeschickt? Ja. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt immer sehr, äh, schön damit. Aber das weißt du, das braucht ja echt immer so ein bisschen. Das ist für eine halbe Stunde, weil das glaube ich jetzt mal oder sowas. Ist ja ein bisschen blöd, wenn man was Geld dringend braucht. Weil... Ja, langsam bräuchte es, weil ich nämlich ein neues Kraftwerk aufbauen muss. Ich habe das gerade die Kohle nicht. Du kannst Strom abkaufen von mir. Achso, du hast Kohle nicht, ne? Aber man kann auch Strom, oder bin ich verschieden. Warum zieht der Turm bitte keinen Strom? Weil er ein Megaturm ist. Das habe ich bekommen. 37.000, äh, ich mache 32.000. 27.000. Wir brauchen Strom, ach, leg doch fett, hier gibt es doch Hügend. Oh, Industrie wird gefragt, Industrie wird gefragt. Verdammt. Windkraft. Ähm. So. Industrie wurde hoffentlich gefragt. Aber Wohngebiete würden... So, weißt du was, jetzt setz ich... Äh, äh, scheiße, das ist sogar über Kontrollnet, fettend an. Strom, meinst du denn? Nee, für das, was ich gerade bauen wollte, braucht euch Kontrollnet. Oh, fuck. Ach, scheiße. Gebäude ohne Strom, ja, was glaubst du, als ich hier baue, einen Kindergarten? Äh, nicht. So, jetzt hier kann man auch ihre Scheiße in die Erde pumpen. So, ähm... Ja. 307 Barreler. 200 Barreler. 300 62 Barreler. Oh, krass. Aber direkt neben dem Bogengebiet, scheiße. 325. Die Beude ohne Strom, ja, was das ist, ich brauche einen Kindergarten, du depp. Den Schwachraten aber schon mal. Ich bin unzufrieden. Bisschen. Dem, dem, dem. Alter, was will ich hier noch aufhören? Sparenz damit, dass ich endlich freig entwickelt. So, jetzt bohrt mal fleißig nach Öl, damit wir reich und berühmt werden. Äh, was brauche ich mit dem Gymnasium? Mit reinkommend schlicht. Äh, Buuuh. So, ähm. Wenn ich jetzt hier die... Ach, Mist. Mach mal kurz, wie sehe ich mit dem Wasser aus? Ganz gut, das heißt, dann kann ich halt so hier den Nonsens hier abreißen. Ja, mache ich. Oh, eine Mission. Dann setze ich jetzt... Dann baue ich jetzt hier... Ach, scheiße, die Uni kann ich hier nicht reinsetzen, verdammt. Äh, man... Bauen sie einen Umschlagplatz. Weißt du, da brauche ich jetzt hier die Uni hin. So, da läuft auch eigentlich alles ganz gut gerade. Ich kann mich nicht beschweren. Aber die Bewohner tun es trotzdem. Oh, man einen Arbeiter benötigt. Oh, fuck. Dann komm, macht mir hier Arbeiter. Weißt du, wir müssen gleich wieder ein Bewerber benötigt. Ähm. Was ist bei dir nur, Schätzchen? Schnuppi. Leck mich fett, ey. Das ist immer noch nicht angekommen. Äh. Nee. Oh man, pass auf, mit zwei Monaten komm ich schon in der Dern raus. Schicken Sie Ihr Geld schneller an andere Städte. Oh, ja. Würde sich zumindest Profiten machen. So, bei der Arbeit, das Problem ist... Ähm, wie viel Control Net kann ich denn kaufen? Kann man das überhaupt kaufen? Wow, wusste ich gar nicht. Ja, ich kaufe jetzt mal kurz Control Net, weil ich es einfach brauche, damit dass ich den Windkart-Verstärker bauen kann. Ist da eigentlich auch eine Sperre, dass wenn ich nicht mehr genügend habe, dass dann auch das gesperrt wird? Irgendwie? Weil es müsste ja eigentlich nur so sein, weil wenn... Weil sonst können wir ja so andere Städte systematisch, äh, auszurotten, wenn die nicht drauf achten. So, wir haben... Ach, guck mal, wir haben schon 30.000. Bauen wir das mal eben hier hin, so. Oh, der Windkraft verstärkt gebringt was. Gebringt eindeutig was. Oh ja, ja, das ist so krass. Man kommt da echt mit so wenig Platz, äh... Das sieht gut aus, so Omega-Q. Was macht das denn jetzt genau? Geschlossen, ja. Die Beute ohne Strom, ja, leck ich fett, ey. Ey, Mann, wo ist die... Im Kühlgarten werde ich hier wohl nicht bauen. Verdammt, haben keine Erz hier, naja, egal. Öl ist sowieso besser. Die Stadt könnte ja etwas mehr an Einkommen vertragen. Na, 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 na. Ja, das ist schön, dass ich von der oberen IKS was brauche. Was wollen die denn? Wärst noch eine Grundschule, oder? Hm, was bricht ich denn zu machen? Kann ich mir das finanziell nicht leisten. Wandeln Sie vier Fabriken zu Omega-Co-Franchise-Unternehmen um. Reihen Sie einen Wert von 1700 pro Stunde an Omega-Franchise-Gewinn noch 1700. Ja, toll. Alter, das ist aber ja irgendwie... Was willst du schon wieder? Das ist krass. Mit der mittlere IKS, langsam kriegt es mich echt auf. Drohenden Förderband. Weltmarkt. Landeplatz. Ähm. Ich habe mittlerweile schon die Status einer Riesenmetropole. Okay. Ach, der der Negatum, der ist so übel krass hoch. Also ich komme da überhaupt nicht gleich. Was will der denn schwer? Ach, ja, genau, ich wollte ich auch noch austärzieren. So, hier noch ein Krankenflügel und dann noch ein Tapita-Turnt. Da heißt es, ich brauche Geld, ich bleibe. Ran an den Speck und was hätte ich zum Piepton gemacht? Weiß nicht. Ah, wir müssen die auch noch bebenden. Oh, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, war es das, Leute. Ähm. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, müsst ihr einen Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschö-dü-dü-dü. Tschö-dü-dü. Tschö-dü-dü. Vielen Dank.